Was ist Muskeldystrophie? Muskeldystrophie ist eine vererbte Erkrankung, die die Muskeln des Körpers beeinflusst. Es gibt 20 verschiedene Arten dieser Erkrankung, die alle zu einer fortschreitenden Verschlechterung der Muskeln führen, was zu Schwäche und Behinderung führt. Die häufigste Art von Muskeldystrophie wird Duchenne-Dystrophie genannt. Andere häufige Typen sind Myotische Dystrophie, Lappengürtel-Dystrophie und Phatioscapulohumerus Das Alter, in dem die Dystrophie auftritt, hängt von der Art der Muskeldystrophie ab. Diese Erkrankung kann von Geburt an bis zu einem Alter von etwa 40 Jahren auftreten. Es ist eine genetische Erkrankung, dh es wird durch abnormale Gene von den Eltern geerbt. Duchenne-Dystrophie tritt nur bei Männern auf, kann aber von einer Mutter weitergegeben werden, die Trägerin des anormalen Gens ist. Bei einer Myotischen Dystrophie besteht die Chance, dass die Hälfte der Kinder eines Paares betroffen ist. Das Hauptsymptom der Muskeldystrophie ist eine allmähliche Schwächung der Muskeln. Die Muskulatur verschlechtert sich so stark, dass schließlich eine Immobilität auftritt. Dieser Zustand betrifft die Muskeln des Körpers und in einigen Fällen die Gesichtsmuskeln. Die Zeitspanne der Verschlechterung ist normalerweise sehr langsam, in einigen Fällen ist sie jedoch stark genug, um die Lebenserwartung zu verkürzen. Die Diagnose erfolgt normalerweise nach Auftreten einer Muskelschwäche. Blutuntersuchungen sind notwendig, um das abnormale Gen zu identifizieren und festzustellen, wie stark die Muskeln geschädigt sind. Ultraschalltests werden auch zusammen mit Elektrokardiogramm-Tests durchgeführt. Diese prüfen auf Schäden an Herz- und Herzunregelmäßigkeiten. Tests auf elektrischer Muskelaktivität sind ebenfalls üblich. Es gibt einige schwerwiegende Komplikationen, die aufgrund von Muskeldystrophie auftreten können. Dazu kann eine schwere Infektion in der Brust gehören, die zu Atemnot führen kann. Es kann auch die Möglichkeit einer Verkrümmung der Wirbelsäule aufgrund der Schwächung der Muskeln bestehen. Der Herzmuskel kann auch schwach werden. Es gibt keine Heilung oder Behandlung für Muskeldystrophie. Die Physiotherapie kann helfen, Deformitäten in späteren Stadien der Krankheit zu verhindern. Menschen, die das abnormale Gen tragen, sollten den Rat eines Arztes einholen, wenn sie erwägen, Kinder zu bekommen. Tests können Auffälligkeiten in den frühen Stadien der Schwangerschaft identifizieren und zeigen, ob das Gen im ungeborenen Kind vorhanden ist.